Moin Moin! Ja, ich habe ja gerade erst in meinem letzten Video die gesteuerte Opposition oder die kontrollierte Opposition angesprochen, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ja, wenn man sieht, dass Corona eigentlich von vorne ein bisschen geplant ist, dann ist es natürlich auch ziemlich wahrscheinlich, dass die ganze Opposition auch geplant ist, beziehungsweise dass man das da nicht dem Zufall überlässt. So, da habe ich ja auch in meinem Video gesagt, welchen Leuten ich da nicht traue im Widerstand bei Corona und jetzt, wie der Zufall es so will, den Fall hat mir der gute Oliver Janich vorgestern nachts schon weitergeleitet. Wie es der Zufall will, hat sich das jetzt bestätigt, dass es eine kontrollierte Opposition in den USA gibt und zwar mit Project Veritas. Das ist der Fall von Justin Leslie. Ich will das für euch hier einfach mal zusammenfassen. Und zwar, das ist der Fall von Justin Leslie. Justin Leslie ist ein junger Amerikaner, der Biomedical Sciences studiert hat und im Studium hat er sich dann mit der sogenannten Virus-Existenz-Frage beschäftigt. Ist dann auf Leute wie Andrew Kaufmann, Tom Coben und Sam Bailey gestoßen, die ich auch alle empfehlen kann, die im englischsprachigen Bereich das Thema da immer besprechen, die Virus-Existenz-Frage. Und ja, der junge Mann hatte dann, ja, in seinem Bereich hatte er dann, also er hat Biomedical Sciences, also Biomedizinische Wissenschaften studiert, hatte dann da einen Bachelor und Master und musste dann erkennen, dass das eigentlich alles nur Märchenwissenschaften sind. Und dass, wenn man die Virus-Existenz-Frage stellt, dass alles, was er gelernt hat, Unsinn ist, dass auch die ganze allopathische Medizin, dass das meiste man davon auch vergessen kann. Weil wenn man nicht, wenn man, wenn die Ursache eine ganz andere ist, dann ist die Behandlung auch falsch. So, und dann stand er halt da mit seinem Wissen und hat gesagt, ja, was mache ich jetzt damit, was mache ich jetzt damit? Und er hat sich dann gesagt, ich werde zum Missileblower bei Pfizer. Er hat also von Project Veritas erfahren, dass die halt, ja, dass die Leute von Pfizer überführen, dass die, ihr kennt vielleicht Project Veritas, dass die auf Dates gegangen sind mit Pfizer-Mitarbeiter und haben denn da bestimmte Aussagen entlockt, dass die selbst sagen, so von wegen, ja, da gibt es schon heftige Nebenwirkungen und wir würden die Impfung auch nicht nehmen und so weiter. Das waren, meiner Meinung nach, waren das immer nicht so die, die, die krassesten Enthüllungen. Also ich habe mir das damals immer angeschaut, habe auch einiges davon geteilt, aber was jetzt Justin da offenbart hat, das zeigt eigentlich auch das, was sowieso schon mein Gefühl war, dass sie halt, ja, die wichtigsten Sachen unter dem Tisch gekehrt haben. Und zwar hat Justin, ja, er hat da Impfung, hat er da mitgehen lassen bei Pfizer, die haben die vom Project Veritas, haben die dann untersucht und die haben dann gesehen, dass da irgendwelche Partikel drin sind, die wie Parasiten aussehen. Natürlich, klar, kann man das auch ganz anders interpretieren, aber auf jeden Fall war das irgendwas Merkwürdiges, was die vorher dann noch nicht gesehen hatten. Sie haben dann auch gesehen, dass die Geimpften, dass sich das Blut dann ziemlich verändert hat. Sie haben Blutgerinnsel gesehen, die vorher so dann nicht aufgetreten sind. Da hat ja auch der, die, 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 die Doku, Dite Suttony von Stu Peterson, oder Stu Peters heißt er, äh, die haben das ja ziemlich reißerisch auch thematisiert, ähm, dann ist Project Veritas auch noch, ähm, das mit der Luciferade, ähm, das haben die da, äh, bemerkt, dass, ähm, ja, dass die Impfungen, äh, leuchten, dass die Einstichstellen dann auch leuchtet. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die kann man auch anders interpretieren. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Chef bei Project Veritas, James O'Keefe, hat sich dagegen entschieden, diese wichtigen Sachen zu veröffentlichen. Ähm, er hat sich auch dagegen entschieden, hat, der Justin hat, ähm, ähm, ja, hat herausgefunden, oder hat von Nick Warren, dem Vizepräsidenten von Pfizer, erfahren, dass er, dass er die FDA ausgetrickst hat, der hat ihm gegenüber gesagt, I gamed the FDA, also, ja, er hat die FDA, die für die Zulassung der Impfung zuständig ist, die hat ja, ja, mehr oder weniger verarscht, sozusagen, auf gut Deutsch, und hat da auch zugegeben, dass es da, ja, vor allem auch um Geld machen geht. Das sind natürlich alles so Informationen, die hat dann der Chef von Project Veritas nicht veröffentlicht. So, ähm, das ist natürlich das, ja, was man auch schon aus 1984 kennt, das habe ich auch in dem letzten Video angesprochen. In 1984 gibt es einen, ähm, Emanuel Goldstein, übrigens der Name ist auch sehr spannend, ähm, der, ja, der vorgibt, eine Revolution gegen den großen Bruder zu starten. Dabei ist er selbst, äh, ein Agent vom großen Bruder, genauso ist es jetzt auch mit Project Veritas. Da musste Leslie dann auch erkennen, dass der James O'Keefe, der sich als der große investigative Journalist feiern lässt und es immer wieder vorgibt, dass die ja alle Sachen veröffentlichen und hier super investigativ unterwegs sind, da musste er erkennen, dass der genauso gesteuert ist. Ja, und meiner Meinung nach, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, meiner Meinung nach ist das nicht nur in den USA so. Also, wenn das in den USA so ist, dann ist es auch in Deutschland so, dass es da ganz klar gesteuerte, eine kontrollierte Opposition gibt. Ähm, interessanterweise haben auch, ähm, hier, äh, das wird in dem Artikel thematisiert, äh, die ganzen Sponsoren von, von Project Veritas, äh, haben auch alle Israel-Verbindungen. Schaut euch das gerne an. Ich habe euch da aus diesem langen Artikel, habe ich, ähm, ja, die wichtigsten Stellen herauskopiert. Also ihr könnt euch natürlich auch, wenn ihr da ganz tief einsteigen wollt, äh, die zweiteilige Dokumentation von Justin Leslie anschauen. Äh, der erste Teil ist eine Stunde, der zweite Teil anderthalb Stunden. Ähm, ähm, und der gute Oliver Janich hatte auch, ähm, noch ein Video zugemacht, der sagt selbst ein Labervideo, äh, von ich glaube 40, 45 Minuten hat das. Also, ja, geht da so tief rein, wie ihr für richtig haltet. Auf jeden Fall, ich kann nur sagen, ähm, mir zeigt das, dass, ähm, ja, dass tatsächlich, dass es eine kontrollierte Opposition gibt, und dass jeder, der sich alternativ bildet, das immer im Hinterkopf behalten sollte, dass vor allem die Leute mit der großen Reichweite, dass sie vielleicht gesteuert sind. Also meiner Meinung nach, solche Leute wie Joe Rogan, John P. Peterson, ähm, Ben Shapiro, auch im deutschsprachigen Bereich, Sucharit Bhakti, da, meiner Meinung nach, sind die relativ klar gesteuert. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass, dass alles, was die so machen, schlecht ist, aber man sollte halt immer im Hinterkopf behalten, dass die eine Agenda haben. Und das hat man jetzt bei Project Veritas gesehen, dass da vor allem, ja, es wurde die Gain-of-Function-Theorie weiter befeuert, aber die Virus-Existenzfrage wurde nicht gestellt. Insofern ein bisschen Kritik, aber bloß nicht zu viel. Ja, das war es von mir hier mit meiner kleinen Zusammenfassung. Ähm, es folgt jetzt hier nochmal ein dreiteiliger Beitrag, ähm, zu dem Artikel dazu, wo eigentlich alles schön zusammengefasst ist. Aber wie gesagt, entscheidet selbst, wie tief ihr da reingehen wollt. Also, liebe Grüße und einen guten Start ins Wochenende. Das war es von mir. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.